Und dann läuft die Aufnahme. Ja, genau. Jan hat's gestartet, die Aufnahme. Perfekt. Wir sind mal wieder ein paar mehr Leute. Deswegen hört man jetzt hier auch... Respekt an die Aufnahme. Deswegen hört man jetzt auch sehr viel mehr als in den letzten Videos. Wenn ihr jetzt auch zuschaut, Daumen runter. Wir starten jedenfalls mit... Was habe ich eingestellt? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, ich habe Heiden Sieg eingestellt. Was ist das denn? Kennt sich jeder? Ja, hast du. Okay, muss jemanden machen. Auf Deutsch heißt das Suchen und Zerstören. Okay, das kann ich. Muss das noch jemand erklärt bekommen? Weiß jemand noch nicht, wie dieser Modus funktioniert? Wir erklären das nicht. Jetzt starte. Ich wollte gerade sagen, ich kenne die Regeln zwar nicht, aber wird schon. Jetzt starte. Du kriegst die theoretische kleine Bildchen am Anfang kurz erklärt. Jetzt kriege ich raus. Meine Fresse, jetzt starte mal die Runde. Hört doch mal. Wir starten. Ich will hier gefälligst Spaß haben. Keil Glück. Das reicht, ich habe mich befreundet. Perfekt. Wir müssen jetzt weiterreden, Uli Wallace. Du musst euch nicht muten, dann. Theoretisch müsst ihr euch nicht muten. Ich mute mich allerdings, wenn ich... Ja, moin, perfekt. Wer ist denn das? Ja, ich glaube, das kommt ja gut. Das kommt ja. Okay. Das bin ich. Okay, was mache ich denn jetzt? Ich kann natürlich schon lustig. Das muss 10 Sekunden warten und dann nachgehen. Könnt ihr mal bitte alle zu dem Roten kommen? Ich muss euch was zeigen. Ja, sofort. Warum? Hä? Ich habe hier was dabei. Leute, hieß es nicht, dass ich Imposter bin? Bin ich doof? Nein, das war ich. Ach so. Ich wollte gerade den ersten killen und denkst du, es geht nicht. Und schon getreut. Wenn wir jetzt noch neu starten ohne Conan, das ist ja jetzt schon... Also... Ja, Conan ist immer noch nicht online. Na, wir sind jetzt gechappt. Oh Gott, verdient, ey. Boah, ich hasse das Downloads. Ey, ich sollte aber Conan. So, dann mute ich mich jetzt tatsächlich. Oh, ja, habe ich schon. Aber ich kann ja... Genau, weil ich kann jetzt nur zuschauen und dann verrate ich ja Dinge, deswegen. Okay. Ja, das... Ich habe bei der Aufnahme immer so Musik gehört. Warum höre ich keine Musik? Oha, er liegt richtig los. Ja, ich habe den Tags noch geschafft, alles klar. Er liegt richtig los. Ich habe Simon Says noch geschafft, ey. Oha. Oha, ich war doch im Wind. Ja, und? Aber irgendwann ist das so raus. Was ist er denn? Achso, ich kann ja auch... Ich habe doch geprügt. Ja, ist er. Haben wir jetzt noch schönes Oettinger aufgemacht, dann, für die Fans. Also ich weiß, wenn jetzt hier durchrennen und euch killen ist, ist wie wohl... Links, oben, 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 links, 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 rechts, 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 oh. Wie so eine Blumenwiese in Holland. Du musst den, du musst den... Du musst die Crewmates killen, ne? Ja, ich habe ja schon ein paar. Die anderen wollen ja nicht. Ja, und hier hat er schon. Oh, du... Äh, ja, genau. Oha. 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 Nöööööö. Äh, der letzte ist... Im Raumschiff. Elsen Security und Headsetwork. Aber, Bost, bist du sicher, dass du in die Electrical reingehen willst? Ja. Als ob schon alle tos sind, außer ich. What the fuck? Was ist das passiert? Ja, wir haben uns killen. Wir haben uns killen lassen. Achso, cool. Ja, ich fick Colin nicht. Ey, war am Tag, lass mal. Jetzt kriegt er dich eh. Das war das Einschlag. Falls du solche roten Punkte bekommen hast, das ist, dass du sehen kannst, wo der hingeht. So gesagt. Genau. Ja, das war doch jetzt irgendwie viel zu einfach. Also, irgendwie. Ja, die Zeit ist, die Zeit ist noch, die Zeit ist, glaube ich, noch eingestellt vom Airship, kann das sein. Ich mach die mal ein bisschen weiter runter. Hoffentlich verlierst du gleich. So, okay. Ich bin mit zwei Accounts hier. Aber für sieben Leute ist die Map auch ein bisschen Zeit für die TWA. Richtig. Also wir wechseln ja auch dann gleich durch. Um ehrlich zu sein heißt das. Und ihr solltet natürlich nicht verraten, wenn ihr tot seid, wo die anderen sind. Ich verrat das immer. Was? Oh du. Jetzt aber. Jetzt aber. So. Also bist du hässlich angezogen, meine Fresse. Hoffentlich verlierst du. Ich geh jetzt nach O2. Jetzt aber. O2? Jetzt bin ich in Shields. Jetzt bin ich in Storage. So, mal gucken. In Laboratories. Ich bin in Storage und mach mal den Download. Typischer Versteck. Ganz typisches Versteck, ja natürlich. So. Jetzt, jetzt, jetzt geh ich mal kurz nach Electrical. Mal jetzt Switch. Und Download. Ja, guck mal. Ey, soweit sieht das gut aus. Jetzt muss ich in den Scheißverlektor. Ah! Wo ist der anderen? Dass er sich versteckt oder ist? Ja, das gibt's nicht. Ich muss sich fucking Simon Says machen. Dann stimmt man doch sowieso. Ja, mach's halt nicht. Ah, okay. Schon gut hier. Im Endeffekt musst du ja nicht sagen, was du hast. Nein, das gibt's auch nicht. Nein, ich hab auf die Scheiß-Dings geklickt jetzt. Ah, Mist. Ich bin auf dieses blöde Admin-Panel gekommen und dann konnte ich nicht mehr. Das ist aber schade. Ja, absolut. Hast du noch mal Glück gehabt? Das war auch nicht Glück. Das war Glück. Nein. Ey! Ah, Colin. Schlecht. Ganz schlecht, ey. Kids alle außer mir. Das finde ich stark. Aber wenn du bleibst du dann übrig. Ich sehe das schon kommen. Oh! Oh! Wo ist der hin? Wir sind da alle zusammen. Oh, das wird eng. Ah, wir sind alle im Map-Bake gerade. Genau. Oh je, das wird sehr eng. Das sind ja auch so 40 Sekunden oder so, die du hast. 30 Sekunden. 30 Sekunden. Ich hab's ein bisschen knapper gemacht. Das stimmt. Scheiße. Was keine gute Idee war. Oh Gott, jetzt sind die auseinander, das ist ganz schlecht jetzt. Was? Hahaha. Ach man, die Ranch ist hier lächerlich. Ich bin so oft entkommen, unglaublich. Nein! Nein, das war das. Jetzt killt er sich. Ja! Ah Mist. Oh, Colin, das gönne ich dir. Ah, knapp. Hast du mich stark dreimal nicht gekillt? Ja! Also das erste Mal war das düppste, wo ich auf diesen scheiß Admin-Panel geklickt habe und dann konnte ich dich hier anklicken. Jaja, das war's jetzt. Jetzt ist der Admin-Table. Das war richtig dämlich. Was genau bringen die Aufgaben? Ich hab das nicht verstanden. Die Zeit wird dann verkürzt. Genau. Mit jeder Aufgabe verkürzt du die Zeit, die oben abläuft. Die Aufgaben sind nur da, um die Chrome jetzt abzulecken. Aber wenn du in dieser Chaos-Phase bist, also diese Chaos-Phase, wo dann sozusagen ab da der diese Punkte angezeigt bekommt, wo die gerade sind, dann brauchst du keine Aufgaben mehr machen. Das geht nur bis zu dieser Phase runter. Genau. Ab da. Also in der Sun-Dev-Phase einfach verstecken und wenn du noch den Vent übrig hast, am besten einfach auf den Vent draufstellen. Ja. Dann kannst du schnell abhauen. Genau. Und einfach ums Leben rennen. Okay. Ich würd sagen, wir wechseln direkt mal ein Map, oder? Ja, schön. Ja, bitte. Gleich mal auf Polos. Nimm mal nur einmal wenden. Nimm mal die Kürze. Polos. Man kann nur einmal wenden, ja. Alle auf MIRA. Genau, du kannst einmal wenden. Das war der Katastrophe. So. So, hallo. So, hallo. So, wir machen weiter. Ehhh. Let's go. Let's go. Okay, wir hauen vor Benni ab. Ey, Benni Boy, pass auf, wir werden wir oben stehen und du killst mich als letztes, okay? Ey, wir spielen ja echt an dir. Okay. Okay, nice, danke. Okay, das war ne ganz schlechte Idee von mir. Ich auch. Ah, toll. Oh. Two minutes. Jetzt. Jetzt hab ich noch niemanden gesehen. Grüß dich. Ah, das war der falsche. Oh, das war ja! Hehehe! Hahaha! Hahaha! Das läuft doch. Ja, endlich den richtigen Ende. Es lief. Jetzt ist der Rest doch egal. Aber die 40 Sekunden, die schaffst du nicht, die vier Leute. Geil dieses. Komm schon, Benni, komm schon. 20 Sekunden. Ja, nice. Schade, schade. Ach komm, was ist das denn? Knapp. Hauptsache Conan ist gestorben. Ja. Plus eins. Das muss immer sein. Das ist in Ordnung. So, nächste Runde. Komm, behil dich mal. Ja, wir starten eigentlich direkt. Wir können direkt weitermachen. Ja. Ja. Oh Gott. Das ist das schöne. Heiden Sieg geht schnell. Achso, du möchtest also gar nicht so viel Among Us spielen? Ne, das meine ich nicht. Aber vor allem in Anbetracht der Tatsache, dass... Läuft, ja, danke. Äh, der ist gerade ein Elektrofon, glaube ich. Ich bin der böse Fiesling. Ui. Das ist tatsächlich eine sehr große Mac. Oh, der Conan. Oh, der Conan. Der stinkt so heftig. Aha. Es wird nicht schwierig, die Button zu finden. Der Conan. Oha, den ersten hat er. Ja, pff. Immerhin kann ich die Tats noch fertig machen. Jetzt schaut er gleich richtig an. Ja, jede Tats zählt. Kriegt die noch was jetzt überhaupt? Nur jetzt nicht mehr, glaube ich. Zeig, heute mache ich noch. Naja, wo sind denn die alle? Ja, schön. Okay. Hey, ich war im West. Wir fliehen. Deine Mama war im West. Ich fliehe mal wieder dasselbe. Ah, ich hab's mir nicht offen gehabt. Jedes Jahr dasselbe. Läu, die Hand. Ach man, ich war eben im scheiß Menü, ey. Ja, ich seh niemand. Ich kann nicht, ich kann nicht. Gibt's auch ein Tastaturknopf für das Killen? Ja, klar. Welchen Knopf muss ich dann auf der Tastatur- erst mal da unten gucken und dann dahin lenken und bis dahin ist ist schon jeder weggegangen ich mache es mit der maus das klappt eigentlich ganz gut ja das gut ja und schießt ist ja auch erst sagen wir mal so weil ich hatte es beim letzten mal auch nicht hinbekommen ich mach kill auf lehrt aber ich auch glaube ich habe ich habe ich auch für sieben von 15 einer fehlt so ich habe es auf lehrtaste gesetzt der tasche ja jetzt sind wir da let's go der tasse das ist die laut meine jan ich sag dir auch wohl scheiß ich was mir wohl ist ist das konne ist er am großen oben rechts annehmen teleskop oder wird heißt jetzt ist er bei dem netbeindigen es kommt doch mal so jetzt gehen wir wieder zurück jetzt gehen wir richtung das war der falsche konnen kun 88 rechts hier unten ich habe nichts für temperaturmessgerät hier veränderungsscheiß wo alles kommentiert weiter hier unten nach bist du auf dem richtigen weg nein mir scheißt du er geht nicht so sehr gut perfekt so mein arbeit sehr gut das schaffst du selber bestimmt oh jan ganz kalt wo ist er weiß ich nicht also jan ist gerade draußen also ich also ich also ja also bandcampen ja gut ja ich war im menü gerade und da habe ich ich habe meinen shortcut da kam ich durch naja ich ja du hättest jedoch werde sie noch einen anderen killen müssen der wir auf der seite ja ja korrekt kann ich kill auch auf rechte maustaste setz bestimmt ja können wir mal wenn wir nicht lieber normales am morgen spielen alle bereit ja jetzt drückt doch endlich ich bin richtig angepasst wer hat jetzt hier verloren ne hab ich nicht ich mach das für die zuschauer warum sagt der immer noch immer so so dann läuft das nächste spiel oh das ist ein tolles erscheinen hä oh ich hab nur die zeit ah ich hab die map vergeben ok krass seid ihr bereit können wir loslegen ist immer noch polos oder wie ok es ist noch polos und es ist jetzt aber mehr zeit für den imposter ja sehr schön dann guck mal das mache ich das nehme ich doch gerne aber die extra zeit brauche ich gar nicht weißt du die extra zeit brauche ich nicht nein ich hab die ja brauchst du ab mit dem table und dann bist du durch das ist richtig fuck ich muss kurz meinen wallhack ausmachen warte da gehe ich doch scheiße ich kann es auch nicht lenken ich muss vielleicht noch nicht zusammen nein lecken wir doch perfekte ich kann ein ding spielen hier mit kontoren ist doch besser oder nicht oh gott war das gerade aufregend hilfe hm ob ihr fängt einfach an das mit dem power und live zu spielen extra scheiße eins zwei deswegen kommen ah das ist jetzt schlecht sie kann zaubern ist doch klar okus pokus ohlala also ich hab sie jetzt schnell erwartet da überall liegen leichen rum ah ich weiß wo du bist alles klar danke hehehe er ist von dem andruck ist denn wollt man nicht mit e in den vent rein ich dachte mit e würde man reinkommen ha 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 er sieht ha 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 er dachte hm toll gemacht roppel toll gemacht roppel ist das mit dem gesollet oder was train Robiou ja nice du bist dann gekommen ok so aus konnen ha 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 hä digger sehr steél du darfst du dir nostra du darfst uns ja nie verraten wo village so apropos jede wir wollten eine andere map habe ich ja was verwechselt so let's go ab jetzt er schon jetzt dürfte noch welche noch dran sein als imposter glaube ich ja es ist bei dings ist ein guter algorithmus genau wo soll ich starten nach cargo bay ja cargo bay bitte so das ist kein Das ist ja einfach... Speed 1 hat wirklich Cargo Bay gespawnt und hast mich nicht gesehen. Weißt du, Leute? Nein! Ah, leck mich doch! Ab mit Ferris, nicht cool! Was ist immer noch zwei... Hä? Äh... War schon schnell. Das ist ja voll die krasse... Ach, da unten geht's auch weiter. Ich bin übrigens auch Cargo Bay gespawnt und hab erstmal eiskalt den Safe geöffnet. Ich weiß nicht, ich hab's versehen. Ich hab's sogar geschafft. Mehr Respekt an dich. Danke, danke. Digga. Ich glaube, ich renne jetzt gleich in den Post in die Hände. Nee, das mach ich schon, warte. Ja, ich hab's wirklich gemacht. Tatsache. Mitansage. Ah, in Security, okay. Oh, hier ist'n überall gleich. Ja, ich auch. Man kann tatsächlich in die Toiletten rein. Ja, schon immer. Alter, ja. Junge, weißt du, wann ich das letzte Mal gespielt hab? Da gab's die Map noch gar nicht. Weißt du, wann ich das letzte Mal gespielt hab? Ja, das war weiterhinter. Okay. Alter, da hab ich gesehen. Alter. Okay, Medical. Ich dachte, ich kann mich dick verstecken. Ah, hier ist noch eine sogenannte Task. Alter Weg. Nee, die Task mach ich nicht. Fuck you. Ja, da war eine Task. Die macht diese Edelsteiger. Ey, guck. Guck doch mal kurz auf Weitels, wer noch lebt. Wenn du da schon vorbeinläufst. Wer ich? Das war ein Joke. Achso, sorry, ich weiß sowieso nicht, wo Weitels ist. Ja, alles gut, alles gut, alles gut. Ja, das ist mein Ding. Ach, oh mein Gott. Oha. Dafür ist die Anzeige oben links. Alter. Alter. Oha. Digga. Ich hab ganz kurz meine Anzeige aufgemacht. Scheiße. Nein. Oha. Was? Der war voll weit weg eben noch. Was ist denn, was ist denn mit mir? Was willst du von mir? Oha. Ein Stack Count. Sag mir doch einer, dass oben links diese Anzeige mir anzeigt, wie nah der Fixer dran ist. Hast du's nicht gehört? Ne. Haben's extra gesagt. Ja, Digga. Ich kann nur mich auf mich bemerken. Perfekt. Hahahaha. Passieren so viele Sachen. Zweite Zeit. Hahahaha. 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 Was weiß ich, Alter. Ronald, vergiss nicht wieder die richtigen Cubes zusammen. Ist sowieso ein Scheinspiel. Ist sowieso ein Scheinspiel. Ach so, welcher Cube meinst du? Äh, ja, ich hab nur noch den Snake Cube und der wird grad aufgeladen, es passt. Okay. Ich hab tausend... Ich hab den Gift Cube. Was ist dein Snake Cube? Was ist dein Gift Cube? Sind nur für die Kosmetik im Spiel nichts dramatisch wichtiges. Das sind Würfel und... Und... Warum haben wir das Graschen? Ui, Benno. Der Benni. Der Benni. Der Benni. Der Benni. So, ich bin in den Kirchen, geht's bravend? Ne. Ne, doch. Wie komm ich denn mit diesen... Die Besten spawnen wieder alle Cargo weg? Okay. Ach, komm, ich bin da links gegangen, dann wird's größer. Dann bin ich da rechts gegangen, dann wird's klein und dann wird's größer. Ich spawn Main Hall, okay? Ah, und wenn er näher kommt, mit dir muss ich klauter. Interessant. Ja, eben. Ja, ich hab eben schon gesagt, das kann ich mir nicht alles beachten. Scheiße, der kommt, scheiße, der kommt von rechts. Ja, jetzt killt er dich gleich. Boah. Digga, die killdistanz einfach. Heilige Scheiße. Wo? Der ist komplett... Der ist komplett durch die Wand gesprungen bei mir. War das bei euch auch? War das bei euch auch? War das bei euch auch? Wir auch? Ja, scheiße. Der war direkt nebendran, also ich glaub bei dir nicht das Problem. Machst du nix, wenn du da draußen bist. Was sterbt die denn alle? Da machst du nix, wenn du da draußen bist. Alter, was ist denn das denn gerade vor Runden, ey? Alter, Benni da ist... Oben. Ja, aber ich hab äh... Dings. Darf ich jetzt nicht. Hast du ihn nicht gesehen, Benni? Hä? Hast du ihn nicht gesehen, Benni? Hä? 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 Ja, Danny? Ja, Okay, gut. Hier kommen 22 originale zwei Leute ein. Die kommen 23 bratherder, hier sindual drei. Ja, ent detto. Ich hab uns doch halt bewogen, ja. Tja, tja, tja. Alter, meine Hände schlingen voll, Mann. Lauf, Conan! Nein, nicht in die Richtung! Lauf, Conan! Genau in die Richtung! Äh, ist sau egal. Egal. Matto ist ja einmal im Jahr. Egal. Und ich bin fertig, Waldrot. Nein, war ja jemand anders, ich weiß. One more guy. Ah, schade. What are you doing? Ja, bleibt mal schön, Friedrich. Ja, was dann machen wir? Sehr gut stehen, ja, sehr gut. Oh, oh. Ja, das wird jetzt ganz schön... Ganz schön schwierig noch auszuhalten, die Zeit. Ja, super. Besonders, weil er gleich den Ping kriegt. Ja, eben. Ja. Ach, der kann doch immer noch wenden, der Typ. Ne, noch nicht. Man kann nur einmal wenden. Ach, der ist schon einmal. Er musste schon einmal wenden, ja. Entschuldigung. Oh, Benny, du musst schon dem roten Punkt folgen, ne? Tue ich. Achso. Hä? Wohin? Zum roten Punkt. Oh ja, oh ja, das ist eine gute Idee. Das ist eine gute Idee, Heiligenscheiße. Das stimmt eigentlich, ja. Er hat dich gesehen. Komm her. Das Problem ist leider, dass der schneller ist als er. Fuck ja! Aber ein bisschen Zeit kann man schon rausholen in dem Raum, wenn es knapp sein sollte. Ja. Ja, einfach nicht treffen lassen. Also, wer am Anfang sofort wieder rausgerannt und er hätte ihn nicht gesehen, dann hätte das sogar klappen können, aber... Ja. Ja. Hätte, hätte. Okay. Eine Runde noch und der normal ist dann mal was? Mhm. Ja. Okay. Ja, also parttechnisch sind über 28 Minuten, wenn wir den Part hier halt mit, äh, Identique machen, dann passt das. Ja, kann man ja noch mehr machen. Ja. Ja, einmal noch heiß. Boah. So. Oh, komm, lass uns mal, dass das schnell vorbei ist. Das wird jetzt jede Stelle. Ich geh jetzt zum anderen Table. Das wird jetzt die Spawns, ja. Das wird die Jene-Stelle-Runde. Das wird die Jene-Stelle-Runde. Das wird die Jene-Stelle-Runde. Das wird die Jene-Stelle-Runde. Ich kapituliere. Ich spawne in Cargo, ey. Ich spawne in Cargo. Er spawne nicht in Records. Er spawne nicht in Records. Okay. Ich spawne gar nicht. Ha. Er hat einen Zicht noch. Da habe ich nicht schnell genug reagiert. Hm? Was? Wo? Was? Ich weiß nicht, was du meinst. Ja, ja. Boah, ich habe das Beste versteckt, ey. Oh je. Oh, ich habe dich nicht mal gesehen. Ah diese Scheiß... Die hier, die heißen die... ... diese komischen Tore da, wo ich begleite ihn mir nur noch zu患 ... Da wo ist er jetzt da rum? Nein, nein, nein. Jetzt weiß er, wo du bist. Wieso soll er das denn wissen? Oh, ich hab das gar nicht auf der Abteilung. Ich hab das gar nicht auf der Abteilung. Du hast nur zwei Worte gebootest. Vielleicht war es gelogen? Ach, scheiße. Nächstes Konde ist tot. Oh, das war die Wahrheit? Wer weiß. Fuck! Scheibe, was doch er gesagt hat. Ne, wurde es nicht. Ich lauf gerade einfach durch die Gegend. Ja, ich war da eingesperrt. Ich muss ja die Tast machen, deswegen konnte ich ja nicht raus. Wer lebt denn noch? Niemand. Niemand. Starkes Versteck rausgeben. Danke. Richtig gut, das Versteck einfach beim Admin-Table, jetzt wo ich nicht mehr da hin muss. Das ist sozusagen der C-Hand. Für mich hat es richtig gelögt. Während Jana einfach so freundsfroh rumgeht. Mhm. Ich kenn mich hier nicht aus. Ich weiß nicht mal, wo die ganzen Tasts sind, die ich hab. Aber es ist ja eine Map, wo alles steht. Oh, schlau. Oh, schlau. Oh, schlau. Fuck. Scheiße. Der ist in die andere Richtung gelaufen. Nein. Er ist nach unten gegangen. Er ist nach unten gegangen. Ja, ja. Ich hab Radar. Ich seh, wo du bist. Hä? Warum verfolgt du Xeon? Er hat Admin-Table, weiß ich. Weil ich seine dicken Schlepproden abweiß. Ja, ich hab... Weil du auch einen erlebt, hab ich jetzt diesen portablen Admin-Table. Er kommt, er kommt, er kommt, er kommt, er kommt. Auch in der Richtung. Oha. Oha. Das... Das ist ja richtig gut. Ich drück die ganze Zeit Quadrat auf. Ich drück die ganze Zeit Quadrat. Hä? Nein, der Aufzug war nicht da. Digga, was? Wo ist der? Hä? Geh leichter hoch und runter. Alter, ich steh hier und drück die ganze Zeit Quadrat. Ah, schade. Ja, ob hier ist der Domination-Profi, den kannst du nicht... Äh... Ich hab gehofft, dass die Plattform rechts mit Überflickern, aber da war keine. Die war nicht... Die ist deaktiviert dann... Die geht gar nicht richtig in den Modus. Oh, was ist das für ein Scheiß, ey. Scheißen-Modus. In dem Modus geht die nicht. Ja, weil du sonst solche Tricks machen könntest. Tschüss. Mit hin und her fahren. Tschüss. Ah, ich hab noch ne Runde gestartet. Oh, noch ne Runde. Okay. So, wir sind ja gerade mal bei 32 Minuten für einen Part. Uuuuh. Da geht schon noch ein bisschen weiter. Jetzt starten Sieg-Port. Genau. Ey. Okay. Ich verdreibe mit Kommen oben links einfach. Ja, drei Minuten langen oben links sind hier, da in dem Bereich. Wir spielen jetzt einfach ein normales Among Us. Wir tun so, als würde es nicht mehr Impostor ist. Im LK. Du auch. Oh cool. Ich lauf hinter Conan her. Ich mach nichts anderes. Hinter welchem? Im richtigen. Er ist nicht Rekord. Ja. Wie soll man denn diesen... Oh mein Gott. WTF? Ich hasse Videospiele. Die auch. Wie soll man denn diesen... Wie kannst du Videospiele so sehr? Du kannst da dritt einfach sterben. Das ist doch... Wörderisch. Und auf einmal wirst du dann wiedergelebt. Du tötest dich so hart, du stirbst zu Tod. Das ist eine dumme Idee sowas. Okay, ich kann euch sagen, in Rekords ist es eigentlich... Er ist unten in Electrical. In Rekords. Quatsch, da ist einer. Da weiß doch gerade, da ist niemand. Er ist hier auch gerade in Electrical. Da weiß ich niemand. Ah. Scheiße. Er hat die Leiter gemacht. Oh mein Freundchen hier. Da ist niemand, Mama. Nein. Der ist halt tatsächlich da unten. Ah shit. Ah, schade. Ich musste da irgendwann ausweichen. Das kann da sein. Ich musste da irgendwann ausweichen. Das war die einzige Möglichkeit, Zeit zu... Die Leiter hoch und runter. Natürlich habe ich es gemacht. Achtung. Oh mein Gott. Bruder. Als ob er dich nicht gesehen hat. Konko 89 ist Counterfight, ne? Ja. Oh mein Gott, ich habe alle Tasks. Ach, das ist gar nicht Conan. Ne, ich flüchte. Ich habe jetzt alle Tasks. Also mehr kann ich nicht beitragen, dass die Zeit runterläuft. Ich habe alles getan. Was ich konnte. Was... Ja, nein, nein, nein. Was... Ja, nein, nein, nein. Was... Ja, nein, nein. Ja, nein, nein. Irgendwie war dein Tag so. Normal. Okay, let's go. Jetzt kill doch mal die Gegner. Wer keiner. Wer keiner. Ach so. Jetzt schon. Achtung. Nein! Ja, auf einmal ist die Anzeige explodiert, ja. Ganz in Ruhe und dann bumm. Ja, noch... Neben der Garten, ja? Ja, ja. Du musst unbedingt noch Conan killen. Von hast du alles gekauft. Schafft er nicht. Wo ist denn Conan? Mich kriegt er nicht. Ach, Conan ist da. Mich... Mich kriegt er erst recht. Mich kriegt er erst recht. Mich kriegt er erst recht. Das ist so langweilig. Jetzt geht er... Die Bart... Ah, jetzt geht er wieder nach links. Ja, Conan nicht. Zu wenig Zeit dafür. Sehr langweilig. Zu wenig Zeit dafür. Xeon versteht sich bei Records, ey. Nee. Ich stand die ganze Zeit oben an der Leiter. Nice. Ich stand die ganze Zeit oben an der Leiter, wo's Göttingmobil geht. Gar kein Problem. Nein. Nein. Nein, ich kann nicht. Wenn der Algorithmus passt, müsste ich jetzt noch mal ein Poster sein. Oh, ey. Nach einer Scheiße halten Sieg runter. War auch kein Bock mehr. Ey. Wir hätten noch Mira gemacht. Nein. Fuck. Ich... Ich wollte beim Mira Cube gehen und jetzt hab ich ihn deaktiviert. Scheiße. Oh, echt gebraurig. Yes. Ey. Immer's Conan. Lass alle Cargommel schwank. Alles klar. Ciao. Ich spawne schon wieder in... Warum krieg ich jetzt immer die gleiche Task? Warum krieg ich jetzt immer die gleiche Task? Ja. Warum ist Chef Benny immer zuerst, ist die Frage. Ey, das ist schon wieder dieselbe Situation wie gerade eben. Ach komm. Der hat sich doch mal umdrehen müssen. Lächerlich. Wie ich als erstes Stefan und dann du. Ey. Ja, ich... Der kam mir entgegen. Ich bin weitergelaufen und vom drittes ich um. Oh, ich hab Spaß. Da ist der Head of Max, ähm, kleines bisschen schneller als vier. Ne, er ist nicht Max, er hat gar nichts. Er geht nicht ab. Der hat Pinkvorteil. Echt? Ja, sie hat ihn. Ja, weil er in Asien wo ist, ja. Ja, da konnte ich noch einfach nur da lang wie die Türen aufgehen sind, ja. Ja, aber es kann ja sein, dass ich irgendwo jemand versteckt habe. Ja, wahrscheinlich, äh... Da ist keine. Vielleicht auch gesagt, da wäre einer. Ey, unten war einer. Jedes einzelne Gliedotekter. Mein Gott. Oh, die Kamera ist auch egal. Da kann ja niemand drin zu sehen sein. Oh. Alter, da ist zwei Leute. Was? Nein! Nein, Alter! Läuft mal alle zusammen, das ist immer schlau. Wo ist er hin? Wo kamen die denn auf einmal alle hin? Der Call, der Nexricul ist einer. Ich wollte mich da schön hinstellen, um Burger zusammenzubauen. Auf einmal kommen zwei Leute... Jetzt ist der Nexricul keiner mehr. Auf einmal kommen zwei Leute und Colin um die Ecke. Ah, Records. Äh, im Ball des... Äh, Records, genau. Ne, der ist Cargo Bay, der ist Cargo Bay. Der war vorhin... Ja, ich hab die... Ich hab mir die Map jetzt. Also ich seh das. Jaaaa... Der ist... Der ist... Der ist bei der... Der ist bei der Plattform Colin. 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 Ich seh ja, wo er ist. Ja, das ist ein Cheaten, ne? Das ist ein Map-Money. Der ist... Der ist... Der ist Aussichtsdeck Colin. Also ich hab gesehen, wo er ist. Ich kann sehen, wo er ist. Deswegen findest du ihn ja auch nicht. Ja, durch die Map ist halt viel verdeckt. Deswegen muss ich da mal ein bisschen aufpassen. Ja, durch die Map ist halt viel verdeckt. Ja, durch die Map ist halt viel verdeckt. Wie steht jetzt? Wie steht jetzt? Wie steht jetzt? Ich hoffe, Colin Q89... Ich hoffe, Colin Q89 hat noch ein Band. Ich hoffe, Colin Q89 hat aufstehen zu sein. Das... das auch. Und in Sankgassen zu lassen. Ich kann ja auch ein Band machen werden. Ich hab mich hin und erholen. Der war doch gerade hier. Ja, aber ey, ich mein... Ich mein, wenn du im Vault... Im Vault hast du eh genug Chance. Oh, 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 oh. Kommt der. Kommt der. Kommt der. Kommt der. Fuck, ich bin an einem Stuhl hängen geblieben. Das ist ja irgendwie ein Sieg aus Mitleid, ey. Gut. Ja, also wenn ihr dann zum Normalen wechseln wollt, würde ich den Part hier beenden. Ja, wollen wir. Ja, mach jetzt. Danke fürs Zuschauen. Gut, dann schließ mich ab. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss. Ja, vielen Dank. Tschüss. Tschüss.